So, machen wir mal hier weiter. Ach nee, wer ist dort? Ich mach hier öfter Fehler. Ich baue, also Baufehler. Baut Baukonsistungsfehler Nr. 1 Ja, ja 2 Fenster 1 1 2 1 1 2 3 2 3 4 2 1 3 4 5 9 10 11 12 12 12 12 16 18 20 18 19 20 20 20 20 19 20 20 20 21 21 22 21 22 22 25 23 24 24 25 25 25 jetzt zu machen so jetzt geht es noch aber aber so hier Fenster genau und die Fenster werden die Piste verdrössert so so tut jetzt machen wir das hier einfach WET weil die Tür hier hinzukommen nein die Tür ah ja ja Obla, aber wie mache ich das jetzt mit der Tür? Also hier will ich natürlich eine Tür haben. Vielleicht so, vielleicht rieche ich so, er will nicht hin, dass ich hier eine Tür habe. Das muss ich doch hinbekommen, äh mit der Tür. Naja, also die Villa geht voran, Leute. Ne, was was, ich will ja den, ich will, ich will deine Spielstelle den Raum hier verdrösern. Naja, wir machen den nächsten Part weiter. Ciao.